Es geht nach Riyadh. Leute, ich muss euch was beichten. Ich habe mehrmals das Visum für den Iran beantragt, aber es wird immer wieder nicht akzeptiert. Jetzt müssen wir das Flugzeug benutzen. Wir sind gleich im Saudi-Arabien. Ich war gerade für unser ganzes Leben und rein im Endeffekt. Das ist mein schönes Haus. Oh, wow! Unsere Couchsurfer. Unsere neue Familie. Ich bin der Familie eingewalzt. Das ist unser Haus und unsere Couchsurfer. Ich bin der Familie. Ich bin der Familie. Ich bin der Familie. Das ist ein Bananatree.